Weinbeschichte Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weinbeschichte. Im Südtirol, mitten im Dorf von Tramin, ist der Sitz des Weinguts von Josef Hofstetter. Heute, in der vierten Generation, produziert Martin Furedori sehr erfolgreich Wein. Pinot Nero Reserva, ausgebaut, in normalen Pariken, etwa zwölf Monate lang, etwa ein halbes Jahr lang in den ganz grossen Holzfessen, dann schlussendlich reife in den Flaschen. Degustieren wir miteinander. In der Farbe, ein dichtes Granatrot mit leichtem Braunanteil. In der Nase, leichtes Unterholz, mit pfeffrigen, würzigen Noten. Im Gaumen. Der Gaumen ist ein mittlerer Auftakt. Mittlere Struktur. Der Wein ist sehr ausgewogen. Säure Gerbstoff, Alkohol ist wirklich ausgewogen. Der Wein ist trinkreif. Leicht wärmender, langer Abgang. Pinot Nero Reserva. Aus dem Hochplateau Masso, Südtirol. Erhältlich in den 6er Karton. Für 34 Franken 55 Flaschen. Bei www.weingeschichten.ch Ein trinkreifer Pinot Nero. Ein wunderschöner Rotwein harmonisch. Danke vielmal. Ade miteinander. Ein wunderschöner Rotwein. Eine Wunderschöner Rotwein. Die Wunderschöner Rotwein.